Jetzt geht's noch hier! Jetzt geht's noch hier! Ich schicke mal vor! Jetzt schauen wir von hier! Benedetto ist auf die Stelle und in ihre Bahn gewechselt! Das kriegen wir wieder zu! Der Malouwe von Benedetto ist wieder richtig! Ich schau ganz genau auf! Der bleibt in der richtigen Spur! Da gibt es nicht zu wenig! Die können gerade ja noch missqualifiziert worden! Aber jetzt hier ganz genau in den vorderen Eintracht! Benedetto ist auf den Weg! Benedetto ist auf den Weg! Leider hinter gerade! Aber sie könnten das Ding hier nach Hause fahren! Wir nehmen die letzte Runde hinein! Und am Hinterrand vorbei sehen wir den Weg! Noch mal noch besser! Schneeheld holt den Weg! Leider ein wenig abgeschlagen! Benedetto ist auf den Weg! Aber ein Spür noch vielleicht in die letzte Kurzschule! Aber es ist ein Ziel vorbei! Die Torsten ist hier!